Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Ich hab gedacht, ich mach heute nochmal einen zweiten Teil des Wir spielen alles rückwärts ab Videos. Weil ich finde, das sieht immer ziemlich lustig aus und komisch. Ich hoffe, ihr genießt das Video ein bisschen, auch wenn es kein typisches Comedy-Video ist. Ja, und jetzt nochmal viel Spaß mit dem Video. Los geht es. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.